15 nützliche Tricks und Geheimnisse der Eingabeerforderungen in Windows, in Windows 10, in Windows 11. Die Eingabeerforderung ist wirklich so eine Art Schweizer Messer. Da landet man früher oder später immer drin, um irgendwelche Systemaufgaben auszuführen. Wenn man irgendwelche Probleme hat, kann man die über die Eingabeerforderungen beheben. Einige Programme bei Windows 10 und bei Windows 11, die gibt es auch nur in der Eingabeerforderung. Und da zeige ich mal 15 Sachen, die die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen. Die Eingabeerforderungen, die erreicht man am besten unten über die Suchleiste CMD eintippen. Dann habe ich hier die Eingabeerforderung, die App und ich öffne die als Administrator. Und da kann ich jetzt Befehle eintippen. Power Configuration und dann Energy hintendran getippt. Das kann ich aufrufen. Da wird der Rechner für 60 Sekunden protokolliert und dadurch findet Windows 10 oder Windows 11 eben eventuelle Probleme, die eben im allgemeinen Betrieb von Windows auftreten können. Es wurden Energieeffizienzprobleme festgestellt. Sechs Fehler, zwei Warnungen, 24 Informationsereignisse. Das denkt man gar nicht so. Probiert das einfach mal bei euch aus, was bei euch da rauskommt. Und das Resultat, das kann man sich hier anschauen in C Windows System 32 Energy Report HTML. Das kann ich mir hier markieren. Klick mit der rechten Maustaste drauf und kann die Datei dann öffnen. Da gehe ich einfach hier unten auf Suche, drücke die rechte Maustaste, klick auf Einfügen und da kriege ich die Datei auch schon angezeigt. Und das war auch schon der zweite Trick. So einfach geht das, da muss man nichts abschreiben. Ich klicke hier drauf, öffne die Datei dann und kann mir angucken, was hier rausgekommen ist. Da steht dann hier, dass der Computer auf Höchstleistung läuft. Das ist natürlich nicht besonders energieeffizient. Und dann hier auch das Standby Zeitlimit, das ist deaktiviert. Das sollte man auch aktivieren und der minimale Prozessorleistungszustand ist 100% auch nicht besonders energieeffizient. Schreibt dafür mal in die Kommentare, was bei euch da rausgekommen ist. Oft befindet man sich ja im falschen Pfad in der Eingabeerforderung. Hier bin ich zum Beispiel bei C Windows System 32. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bilderordner möchte, dann müsste ich hier ganz umständlich CD eintippen und so weiter. Das geht viel einfacher. Ich öffne hier den Explorer, so wie ich das jetzt hier geöffnet habe. Da möchte ich das Verzeichnis Bilder. Das steht ja hier oben in der Adressleiste. Klicke ich einmal drauf und tippe auf der Tastatur CMD ein. Drücke die Eingabetaste und schon fertig. Dann kriege ich das richtige Verzeichnis angezeigt. Hier sieht man das recht schön. Jetzt bin ich im Verzeichnis Bilder und der Pfad heißt ja Pictures. Und das geht hier super schnell. Da muss ich nicht dauernd irgendwie CD irgendwas eintippen. Ist wirklich sehr praktisch. Zum Beispiel hier auch im Ordner Downloads. Einfach oben drauf geklickt, CMD eingegeben, Eingabe gedrückt. Dann wird das entsprechend geöffnet. Und hier möchte ich mir jetzt zwei Dateien angucken. Das ist einmal test1.txt und dann einmal test2.txt. Da möchte ich gerne wissen, sind es dieselben Dateien? Und dann gibt es einen super einfachen Befehl. Das ist der File Compare Befehl. Den kann ich hier eingeben. Tippe ich ein File Compare test1.txt und dann test2.txt. Dann werden diese beiden Dateien verglichen und tatsächlich hier, das hat geklappt, keine Unterschiede gefunden. Das ist vollkommen richtig. Das sind zwei gleiche Dateien. Und ich möchte jetzt auch mal die Datei test3.txt vergleichen. Drücke ich die Pfeiltaste nach oben. Da muss ich nicht alles neu schreiben. Gehe hier rüber, tausche das aus und dann kann ich mir das Resultat angucken. Ne, die sind nicht identisch. Die sind verschieden. Die habe ich vorher mal vorbereitet. Das hier, das ist die Datei test1.txt und dann habe ich hier test2.txt auch geöffnet. Ist genau identisch. Also da hat der Befehl richtig gut funktioniert. Test3.txt klicke ich mir an und da sieht man, okay, das ist ein bisschen anders. Das ist die gleiche Datei, aber das steht eben mit einer neuen Zeile. Und der Unterschied, der wird hier bei File Compare auch direkt angegeben. File Compare kennt mit Sicherheit auch kaum jemand. Wenn ihr in der Eingabeerforderung in so einen Ordner reingehen möchtet, wie Musik, wie Bilder, wie Dokumente, da muss man beachten, dass eben diese Ordner im Verzeichnis ganz anders heißen. Die haben alle englische Namen. Also hier habe ich zum Beispiel Desktop und Downloads und die heißen auch Desktop und Downloads, wie hier zu sehen. Und dann habe ich hier Dokumente, Bilder und Musik. Die heißen aber eben hier Documents und dann ist es dann Pictures und dann Music. Also auf Englisch geschrieben. Videos ist auch wieder identisch. Also das muss man da immer beachten, wenn man eben per Hand in die Ordner reingeht. In der Eingabeerforderung, da gibt es noch den Befehl Task List. Der wird einfach so geschrieben und da drücke ich die Eingabe-Taste. Und da kriege ich alle Tasks angezeigt, die eben hier bei Windows 10 oder bei Windows 11 im Hintergrund am Laufen sind. Das ist eine ganze Menge. Natürlich ist die Liste sehr unübersichtlich und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und dafür ist dieser Befehl auch da. Da schreibe ich einfach Task List und dann das Größerzeichen. Und dann kann ich hier eine Datei angeben. Task.txt. Drücke die Eingabe-Taste und dann wird es in der Datei reingeschrieben. Und man sieht schon auf der rechten Seite, da ist er dann hier. Task.txt. Kann ich dann aufrufen und kann mir das Ganze dann anschauen. Und dann habe ich alle Tasks in einer Datei drin. Kann das dann eben speichern. Kann das zum Beispiel irgendwo zum Support weitergeben, damit es sich jemand angucken kann. Wenn man diesen Befehl verwendet mit dem Größerzeichen, dann wird eben die Datei Task.txt oder eine andere eben erstellt. Und wenn eine da ist, wird die gelöscht. Wenn man das anhängen möchte, hier zum Beispiel, dann kann ich einfach zwei Größerzeichen hier eintippen. Da kann ich dir, größer, größer Task.txt, drücke die Eingabe-Taste und dann wird eben die Datei nochmal ergänzt, um eben das Verzeichnis, den Verzeichnisinhalt. Wenn ich mir die Datei jetzt anschaue, dann habe ich hier oben meine Task Liste. Die ist unverändert. Und ganz hier unten, da habe ich eben noch den Verzeichnisinhalt von dem Ordner Bilder. Das ist nochmal dazugekommen. Also ich kann eben mit diesem Befehl, mit dem Größerzeichen, alle Ausgaben umleiten in der Datei. Entweder mit einem Größerzeichen oder mit zwei Größerzeichen zum Anhängen. Auch eine super Eigenschaft bei eben der Eingabe-Forderung ist, dass ich zu jedem Befehl eine Hilfe bekomme. Wenn ich hier hinten eben Schrägstrich und Fragezeichen hinschreibe, kann ich dann so machen. Und dann habe ich hier natürlich jede Menge Informationen. Und da muss ich hoch und runter scrollen. Das kann ich natürlich auch in der Datei umleiten lassen. Und da habe ich hier einfach txt.txt, nenne ich das Ganze mal. Und auf der rechten Seite habe ich die Hilfe hier zu sehen. Jetzt in der Datei drin. Und das geht eben mit allen Ausgaben, die ich auf dem Bildschirm habe. Da ist jetzt also hier auf der linken Seite der Text in der Datei drin. Auf der rechten Seite kann ich mir abspeichern, kann da auch Anmerkungen nochmal dazuschreiben, kann mir das auf Desktop legen und dann kann ich eben bei Bedarf einfach hier die Datei aufrufen und muss nicht wieder hier irgendein Befehl mit eben dem Hilfezeichen, mit dem Fragezeichen eintippen. Ich kann mir auch generell zur Eingabe-Forderung Hilfe anzeigen lassen. Dann tippe ich einfach Help ein und dann kriege ich alle Kommandos angezeigt, die eben in der Eingabe-Forderung eingebaut sind. Und das sind eine ganze Menge. Das sind mehr als man denkt. Hier sind die zu sehen. Auch da gilt natürlich wieder, da kann ich eben super einfach das Ganze in eine Datei umleiten, Hilfe.txt und kann mir das eben später mal durchlesen. Viele kennen bestimmt das sogenannte Pipe-Symbol. Da kann ich einen Befehl eintippen. Help hier zum Beispiel, wie eben das eben rausgegeben wurde. Und dann kommt dieses Pipe-Symbol, dass es eben dieser vertikale Strich, der ist neben dem Y meistens zu finden. Und da kann ich eintippen. Clip, also da kann ich irgendeinen Befehl hinschreiben, zum Beispiel eben Help oder Tasklist oder ein anderes. Dann Pipe, dann Clip, drückt die Eingabe-Taste. Sieht so aus, als wäre nichts passiert, ist aber was passiert. Und diese Ausgabe von Help, die wurde in das Clipboard, also in die Zwischenablage eingefügt. Das kann ich mir hier mal angucken. Drücke ich mit der rechten Maustaste hier zum Beispiel bei LibreOffice, bei einem Writer ins Bild rein. Und dann klicke ich hier auf Einfügen und siehe da, die ganze Hilfe, die ist jetzt hier eingefügt in eben Word, beziehungsweise dann in LibreOffice Writer. Und da kann ich das entsprechend formatieren und kann mir das eben auch angucken oder eben auch abspeichern. Das geht eben auch mit anderen Befehlen, zum Beispiel dir. Und dann Clip für Clipboard, drücke ich die Eingabe-Taste, wurde das wieder in die Zwischenablage kopiert. Gucke ich mir hier auch wieder mal an, klicke ich auf Einfügen und da habe ich jetzt hier das Verzeichnis, den Verzeichnis Inhalt gespeichert in LibreOffice Writer. Und ist auch richtig gut formatiert. Und auch mit den Umlauten stimmt das hier bei LibreOffice besser als eben im Texteditor von Microsoft. Wollt ihr euch einen verschlüsselten Ordner erstellen auf eurem Windows 10 oder Windows 11 PC, dann geht das auch ganz einfach. Hier habe ich einen Ordner mal erstellt, privat habe ich den genannt und den kann man ganz einfach verschlüsseln über die Eingabe-Forderung mit dem Befehl Cypher hier zu sehen. Und da brauche ich jetzt nur noch den Ordner anzugeben, das geht auch super leicht. Der ist wie gesagt neu erstellt, da klicke ich einfach mal drauf, gehe in den Ordner rein, dann hier oben in der Adressleiste, da suche ich mir den Pfad raus. Rechte Maustaste aufkopieren, dann gehe ich in die Eingabe-Forderung, drücke eben Shift-Einfügen und da ist es dann schon. Ich drücke die Eingabe-Taste und jetzt wurde dieser neue Ordner verschlüsselt und den gucke ich mir hier jetzt mal an. Sieht erst mal ganz normal aus, ist aber auch leer. Ich kopiere mal ein paar Dateien rein. Da nehme ich meine drei Testdateien, die nehme ich mit der Maus und schiebe die hier rüber und da kopiere ich die rein. Und schon fertig, ich gehe mal in den Ordner rein. Da sieht man auch jetzt hier, die haben so kleine Vorhängeschlösser. Also diese Dateien, die sind jetzt verschlüsselt. Ich gehe mal wieder zurück und da ändert sich dann auch das Bild, das Icon von dem Ordner. Da sind auch die entsprechenden Vorhängeschlösser jetzt hier abgebildet. Und dieser Ordner ist verschlüsselt, das heißt, wenn jemand die Platte ausbaut und ist eben nicht angemeldet bei Windows 10 oder bei Windows 11, dann kann er die Dateien eben nicht lesen. Die hier oben, die kann er schon lesen oder eben auch wieder herstellen mit einem anderen PC. Die hier aber nicht. Also hier muss ich mich mit meinem Konto anmelden, mit meinem Microsoft-Konto oder mit meinem lokalen Konto, damit ich an diese Dateien rankomme. Wer da mehr wissen möchte über den Befehl Cypher, der kann einfach hier ein Fragezeichen dahinter tippen. Und da kriegt man auch wieder die entsprechende Anleitung, die man sich eben umleiten kann in eine Datei oder eben auch in Word oder eben in LibreOffice. Den Befehl DOS-Key, den kennen bestimmt die meisten noch von früher von DOS und deswegen heißt es ja auch so. Und da kann man sich eben die ganzen Befehle, die man eintippt, speichern lassen. Der wird eigentlich hier automatisch ausgeführt. Hier kann ich mir auch meine ganzen Befehle anzeigen lassen mit dem Befehl DOS-Key, Schrägstrich History. Und das ist alles, was jetzt hier im Laufe des Videos so eingetippt wurde. Es geht aber noch einfacher. Drückt einfach mal bei euch auf die F7-Taste, dann kriegt ihr das nämlich angezeigt. Und da könnt ihr hier verschiedene Befehle eben auswählen, die ihr vorher eingetippt habt. Das sind eine ganze Menge, wie man hier sieht. Auch den CLS-Befehl zum Löschen von dem Bildschirm, da drücke ich einfach nur die Eingabetaste und schon ist es passiert. Wieder F7 und dann kann ich mir wieder verschiedene Befehle angucken. Eben DOS-Key History wieder oder F7 CLS. Also das geht super einfach mit der F7-Taste. Ganz schön langweilig, wenn da vorne immer steht C-Users, Besitzer, Pictures und so weiter. Das kann man selber auch einstellen mit diesem Prompt-Befehl. Da habe ich jetzt hier geschrieben PromptToolTime.de und dann Dollarzeichen G wie Gustav. Drückt die Eingabetaste, dann sieht die Eingaberforderung so aus. Das kann ich ganz normal Befehle eben eintippen und sehe nicht mehr den Pfad. Je nachdem, ob man das möchte oder halt eben nicht. Kann man auch ganz leicht wieder rückgängig machen. Tippt man einfach wieder Prompt ein und dann hat man eben wieder die alte Eingabeerforderung, so wie es jetzt hier zu sehen ist mit dem Pfad. Man kann auch das Fenster selber umbenennen. Hier oben, da sieht man ja C-Windows System 32 und so weiter. Und ich tippe einfach ein TitleToolTime.de, tipp Eingabe und dann wurde das Fenster umbenannt. Wozu man das genau braucht, weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja eigentlich ganz egal, was da oben steht, aber auf jeden Fall funktioniert es. Kennen wahrscheinlich die meisten auch noch nicht. Das ist eben dieser Doppel-und-Befehl. Das sind die zwei kaufmännischen Unzeichen, die man hier hinschreiben kann. Zwischen zwei Befehle in einer Zeile. Und da kann ich eben zwei Befehle miteinander verknüpfen, sodass sie nacheinander ausgeführt werden. Ich brauche aber nur eine Zeile, um die einzutippen. Einmal hier der Prompt-Befehl, dann Doppel-und und dann Title.test. Ich drücke Eingabe und da hat man gesehen, hier hat sich einmal der Prompt verändert. Und hier oben der Titel eben von dem Fenster, das wurde geändert in Test. Und da kann man alle möglichen Befehle miteinander verknüpfen mit diesem Doppel-und. Das hatten bestimmt viele schon mal. Da tippt man irgendeinen Befehl ein in die Eingabeerforderung, drückt die Eingabe-Taste, und dann fängt der Rechner an, irgendwas zu machen, zu arbeiten. Und das dauert ewig lange. Wie kann man das abbrechen? Viele schließen einfach das Fenster oben, aber muss man gar nicht. Steuerung C bricht eben das Ganze ab. Und ich habe hier Steuerungstaste gedrückt und die C-Taste wird hier angezeigt mit dem kleinen Dach und C. Und schon ist eben dieser Prozess abgebrochen. Das ist eine Technik, die es eigentlich in den 90ern und den 80ern schon gab. Und die war da weit verbreitet. Ist mit Windows ein bisschen abhanden gekommen. Aber Steuerung C bricht eben DOS-Befehle ab. Da fragen mit Sicherheit viele jetzt Steuerung C. War das nicht das Kopieren in Windows? Und das ist richtig. Dieser Befehl, den gibt es quasi zweimal. Wenn ich hier was kopieren möchte aus der Eingabeerforderung raus, dann geht das viel einfacher. Hier nehme ich zum Beispiel mal das, was ich kopieren möchte. Und das markiere ich mir mit der Maus. So, jetzt habe ich das markiert. Und jetzt drücke ich hier auf die rechte Maustaste. Ich gehe jetzt hier drüber über die Markierung, drücke die rechte Maustaste. Gedrückt. Jetzt verschwindet die Markierung. Und jetzt ist es auch in der Zwischenablage. Und kann ich hier mal zeigen am Texteditor einfügen. Und da habe ich das Ganze jetzt hier eingefügt. Das geht auch super einfach. Da muss man eben nicht Steuerung C drücken. Interessanterweise beim Kopieren geht Steuerung C meistens auch, aber nicht immer ist mir aufgefallen. Ich markiere das hier oben. Rechte Maustaste. Jetzt verschwindet die Markierung. Jetzt gehe ich hier mal rein. Neue Zeile. Und dann hier einfügen. Und habe das dann eingefügt. Das ist der offizielle Weg, wie eben das Kopieren von der Eingabeerforderung in Windows funktioniert. Wenn man in der Eingabeerforderung irgendwas sucht, dann ist es teilweise sehr unpraktisch. Ich tippe hier mal Directory ein. Und da sieht man hier von diesem Ordner. Das ist ja ewig lang. Hört ja gar nicht mehr auf. Da findet man natürlich jetzt auch nicht wirklich was. Wenn ich da hoch und runter scrolle. Das bringt da mir auch relativ wenig. Da gibt es aber einen super einfachen Befehl. Ich tippe hier einfach dir ein. Und dann wieder eben das Pipe-Symbol. Neben dem Y ist es zu sehen. Meistens bei den kleiner und größer Zeichen Altgr. Und dann auf kleiner und größer. Dann kriegt man dieses Pipe-Symbol. Und da tippe ich hier ein Find String. Also einen zweiten Befehl, der eben auf den ersten angewendet wird dann. Und jetzt kann ich das eintippen, was ich suche. Zum Beispiel, ich suche alle Dateien, die eben das Wort Key beinhalten. Drücke die Eingabetaste. Und jetzt muss ich mir den ganzen Wust hier an Einträgen nicht durchsuchen hier oben. Sondern scrolle einfach hier unten. Und da sehe ich jetzt alle Dateien, wo das Wort Key drin vorkommt. Hier zum Beispiel CMD Key, DOS Key, Key ISO und so weiter. Und das kann ich auch anders machen. Ich tippe hier einfach mal ISO ein. Jetzt möchte ich alle Dateien angezeigt bekommen, die eben das Wort ISO enthalten. Ganz wichtig bei diesem Find String Befehl ist aber, dass Groß- und Kleinschreibung da eben nicht ignoriert wird. Sondern die wird da richtig mal beachtet. Endlich mal eine Ausnahme bei Microsoft. Kennt man nur von Linux. Und hier habe ich jetzt mal Font Cache gesucht. FNT Cache. Und hier gibt es einmal das Ganze groß geschrieben. Und hier gibt es jetzt dann groß und klein geschrieben. Mal gucken, was hier gefunden wird. Ob hier überhaupt was gefunden wird. Nö, da hat es nichts gefunden. Weil jetzt hat es tatsächlich nur die Dateien gesucht, die klein geschrieben werden. Und das ist ja hier nicht der Fall. Hier habe ich ein großes F, ein kleines N, kleines T und hier alles groß geschrieben. Also Groß- und Kleinschreibung sind da relevant. Der beste Befehl bei Windows in der Eingabeforderung, das ist der SFC-Befehl. Da kann ich eben mein System, mein Windows 10, mein Windows 11 mit scannen. Und kann eben schauen, sind da Fehler eben in der Verzeichnisstruktur, in der Dateistruktur. Also das heißt, sind alle Windows-Systemdateien da. Da wird nicht die Festplatte geprüft mit Checkdisk zum Beispiel. Sondern da wird das Windows selber geprüft, ob alle Windows-Systemdateien da sind. In welcher Version die vorhanden sind. Ob die vielleicht defekt sind. Ob es da irgendein Problem gibt. Ob Windows selber repariert werden muss. Und den Befehl, den kann man eigentlich nur hier eintippen. Bei der Eingabeforderung als Administrator. SFC, Scan now. Und dann wird das System gescannt. Und das hat hier funktioniert. Der Windows-Resources-Schutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden. Das hört sich natürlich ein bisschen verklausuliert an. Aber scheint alles okay zu sein. Und wenn ihr jetzt hier bei eurem Windows das Ganze nochmal anders prüfen möchtet. Einfach hier hinten ein Fragezeichen eingegeben. Da gibt es noch verschiedene Optionen. Da könnt ihr euer Windows prüfen, ob da irgendwelche Fehler vorliegen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, welche von den gezeigten Befehlen ihr nicht kanntet. Oder welche ihr schon kanntet. Welche ihr benutzt von denen. Oder ob ihr Befehle benutzt, die hier nicht gezeigt werden. Wenn ihr Interesse habt an einem Video zu Netzwerkbefehlen über die Eingabeerforderung, schreibt es auch mal in die Kommentare. Dann kommt da noch ein anderes Video dazu. Eben über spezielle Netzwerkbefehle, die das Leben ein bisschen einfacher machen. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es noch weitere Links. Und besucht mal die Seite Tooltime.de und die Seite Tooltime.pedia. Besucht mal die Seite Tooltime.de. Da findet ihr über 380 Anleitungen, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht. Wie man seinen Notebook auseinanderbaut, wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert und viel mehr Tipps und Tricks. Besucht mal die Seite Tooltime.pedia. Das ist diese hier. Tooltime.pedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Videospielkonsolen, wie Grafikkarten, wie Prozessoren, wie Zubehör, Festplatten, SSDs, Videospiele selber. Computerspiele, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.